... Für 279 Abgeordnete beginnt heute ein neues Leben als Parlamentarier. Behaupte noch einer, die parlamentarische Demokratie könne sich nicht personell erneuern. Fast 40 Prozent aller Mitglieder unseres Hauses bringen ihre Lebenswege, andere berufliche Hintergründe, persönliche Erfahrungen und Meinungen erstmals hier ein. Applaus Dafür stehe ich, dass wir in dieser Legislaturperiode eine neue Bürgernähe entwickeln, nicht nur, weil dieser Bundestag beachtlich bunt zusammengesetzt ist. Lassen Sie uns viele Menschen ansprechen, auf die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zugehen, vor allem auf jene, die sich von der Politik seit Langem nicht mehr angesprochen fühlen. Applaus Satz 1 des Antrags